Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Hospital. Ich bin Dr. Wolfserz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, auch in meiner Vorab-Version sind inzwischen noch einige Patches gewesen, so dass die Übersetzung nun an vielen Stellen noch eindeutiger ist, beziehungsweise einige Stellen, die noch gar nicht übersetzt waren, nun nachgereicht wurden. Und das ist natürlich eine prima Sache. Wenn wir hier mal so einen Blick über das Krankenhaus werfen, fällt mir eine Sache auf. Wir haben recht wenig Behandlungsräume. Wir müssen also in dieser Folge versuchen, einen weiteren Behandlungsraum einzurichten. Außerdem brauchen wir, glaube ich, eine Röntgenabteilung, damit wir auch kompliziertere Sachen behandeln können. Aber wir lassen jetzt erstmal ein bisschen laufen und gucken uns mal an, was dieser Patient für Beschwerden hat. Neun versteckte Symptome der Frank Krause. Frank Krause, kann das sein, dass die Namen inzwischen auch eingedeutscht sind? Das wäre nicht schlecht, ne? Also, trockene Husten, Ermüdung, bla bla bla, Atemprobleme. Ja, jetzt weitet sich hier oben die mögliche Diagnose immer weiter ein. Fieber. Und was kommt noch dazu? Schüttelfrost. So, okay. Okay, jetzt wird erstmal eine körperliche Untersuchung gemacht. Dabei werden weitere versteckte Symptome aufgedeckt. Unser Arzt gibt hier schon mal die Anweisung. Hier entkleiden Sie sich schon mal. Und dann läuft das Ganze. Wir schauen gleich nochmal rein. Ich werde das Spiel mal kurz pausieren. In Anbetracht unserer finanziellen Lage, wir haben nämlich nur noch 2.238 Dollar, wäre es doch mal eine Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen. Verzeihung. Wir sehen ja hier, was wir so ausgegeben haben. Fürs Gebäude 48.000 halt. Ereignisse und so. Das sind hier die Ausgaben. Wobei ich mich gerade frage, wieso das nicht bei den Ausgaben hier läuft. Weil wir haben ja auch bestimmte, obwohl Gebäude scheint tatsächlich spezifisch hier zu laufen. Sonst hätte ich es eigentlich in die Ausgaben hier gepackt. Wir haben ja für die Notaufnahme gebaut. Also hätte ich die Ausgaben auch hier oben drin gesehen. Scheint sich aber noch anders aufzuschlüsseln. Werden wir sehen, wenn da ein bisschen mehr Zeit vergangen ist, nehme ich an. Auf jeden Fall machen wir immerhin momentan einen Plus. 560. Aber naja, damit kommen wir lange, lange, lange nicht in wirklich gute Zahlen. Deswegen nehmen wir mal einen Kredit auf. Hier können wir einen Kredit aufnehmen von 20.000 Dollar. Was ich jetzt mal mache. 200 Dollar Zinsen. So und bei Einnahmen von 560 momentan würde das ja für uns bedeuten, dass wir ziemlich lange brauchen, aber immerhin noch im Plus bleiben. Wenn wir aber auch ein zweites Behandlungszimmer noch bauen, dann kriegen wir ja schon die doppelten Einnahmen, weil wir zwei Ärzte gleichzeitig und damit dann auch mehr Patienten behandeln können. Von daher... Ach, jetzt sehe ich gerade, hier ist heute. Moment, heute? Ich kann nur heute. Wir haben erst einen Tag. Also es ist immer noch Tag 1. So, darum geht ja auch noch nicht mehr. So, wir machen das jetzt so, dass wir das Krankenhaus erweitern und das alles im Pause-Modus. Wir brauchen Fundament für eine weitere Arztpraxis und eine Radiologie. Ich würde die Arztpraxis gerne hier errichten und die Radiologie hier unten. Das heißt, wir nehmen diesen gesamten Bereich für uns ein. So. Und das kostet 11.900. Das ist also richtig viel Geld. Aber dann haben wir auf jeden Fall genutzt, was zu nutzen ist. Wobei das stimmt nicht ganz. Wir könnten hier ja sogar noch ein Feld weiter rausbauen. Das haben wir ja nicht gemacht wegen der Rasenfläche hier. Eigentlich Blödsinn, ne? Gut, aber das jetzt im Nachhinein noch hier zu verlängern, das würde relativ umfangreiche Umbauarbeiten sein. Das lasse ich jetzt erst mal sein. Ähm, hier könnten wir auch noch ein Feld raus, wie es aussieht. Zwei sogar. Ja, pass mal auf, dann, ne? Na nun? Das hat jetzt nicht geklappt. Ah, Moment, ich bin auf Abreißen. Das ist nicht gut. Fundament, so. Ne, das funktioniert scheinbar doch nicht. Moment. Muss ich so machen? Ne, dann ist das doch die Außengrenze hier. Dann wird das hier wahrscheinlich auch ähnlich sein. Ne, ne, da kostet es noch mal Geld. Ah, wenn Geld angezeigt wird, dann können wir es machen. Also diese Reihe können wir noch machen. Die kostet hier 50 pro Kachel. Hier geht es nicht. Da wird kein Betrag angezeigt. Aber hier geht es komischerweise, ne? Ja, weiß der Deibel. Also, hm, hoffentlich habe ich es nicht kaputt gemacht. Wir bauen jetzt erst mal die Wände. Und wir entscheiden uns dann erst mal für... Äh, ist eigentlich egal. Aber wir nehmen jetzt erst mal das Rot. Wo ist es denn? Mein Rot mit dem Balken in der Mitte. Da. So, das ziehen wir hier einmal komplett entlang. Und jetzt blende ich mal ein. Damit wir sehen, hier brauchen wir die Ziegel mit Sockel. Und dann haben wir das auch schon drin. So, jetzt müssen wir die Fenster da abreißen, ne? Weil das kann natürlich so nicht mehr gut funktionieren. Fenster sind nur im Außenbereich wirklich sinnvoll. Auf Dauer könnte das dann sogar sein, wenn wir hier weiterbauen, dass da überhaupt kein Fenster mehr drin ist. Aber naja, was willst du machen? Ist dann so. Ähm, gehen wir mal rein und sagen Fenster abreißen. Und ich hoffe... Ah, so. Nehmen wir die mal raus. Spendieren dem Arzt aber hier noch ein zweites erst mal. So. Das kann man dann ja machen. Hier ist das gleiche beim Wartezimmer. Das müssen wir auch entfernen. Ja, das sind ja Lamellen. Aber die würden hier direkt in die Röntgenabteilung reinschauen. Also geht das leider nicht. Wir werden dann hier draußen nochmal Fenster dazu bauen. Würde ich dann aber tatsächlich eher so machen, dass wir eins hier hinsetzen und eins hier. Und dann das entfernen. Und die beiden da natürlich auch. Und dann passt es wieder. Gut. Okay. Dann entfernen wir die Wand hier. Denn das wird ja jetzt geöffnet, der Bereich. Wir nehmen hier den weißen Krankenhausboden. Obwohl, das würde ich hinterher machen. Weil den doppelt zu belegen kostet natürlich dann auch mehr Geld. Das lassen wir im Moment also sein. Stattdessen werden wir mal ein bisschen planen. Wir könnten hier sogar drei Behandlungszimmer machen. Von der Größe her würde ich sagen. Wie groß ist das hier wohl? Wartet mal. Das ist... Ja, wird nicht angezeigt. Weil ich im Abreißen-Modus bin, glaube ich. Sechs sind das. Und das hier sind sechs. Und das hier sind fünf. Okay. Dann wäre ein Behandlungszimmer ein bisschen kleiner. Aber wir könnten das machen. Ich würde sagen, wir bauen zuerst eins. Und machen da ein Fünfer. Oh, das ist jetzt die falsche Wand. Jetzt muss ich erstmal gucken, welche Wände wir hier für innen nochmal... Genau, die roten. Die roten. So, das kostet jetzt ein bisschen Geld nochmal. Ist Gott sei Dank nur ein Malerjob. Also 50 Dollar ausgegeben. Und da oben nehmen wir dann die Holzvertäfelung wieder. So. Und die müssen wir hier dann auch nochmal ziehen. Weil das ja auch wieder ein Arztzimmer ist. So. Also. Das hätten wir jetzt quasi doppelt. Die Tür setzen wir auch schon rein. Hier die weiße Tür. Schwupp. Boden und Einrichtung machen wir gleich. Wir können das, glaube ich, auch klonen. Oder wir können auch ein Prefab nehmen. Also so eine vorgefertigte Sache. Bin ich noch nicht sicher, ob ich das möchte. Oh Gott, wartet mal. Kann das sein, dass dieses... Dass der Tisch nicht mehr funktioniert? Wie kriege ich den denn jetzt weg? Der ist nämlich jetzt gelb. Äh, grün. Entschuldigung. Der Doc ist farbenblind. Nein. Ist er nicht. Ähm. Ne, das ist... Der PC ist auch grün. Das heißt nur, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Weil diese Dinger brauchen immer noch etwas, um zu funktionieren. Hier muss zum Beispiel der Stuhl hin. Und hier muss die Lampe hin. Wenn ich die Lampe wegnehme. Wenn ich sie denn erwischt bekomme. Und ich kann sie jetzt irgendwo anders platzieren. Ich könnte sie verkaufen. Dann würde man es wahrscheinlich sehen, dass es nicht mehr grün wäre. Aber lassen wir das jetzt erstmal gut sein. Radiologie. So, die bauen wir recht groß. Und die bauen wir hier unten hin. Ich würde dafür tatsächlich den kompletten Bereich einnehmen. Und bei der Innenwand in der Radiologie würde ich sagen, nehmen wir... Nehmen wir zwei unterschiedliche. Wir haben nämlich eine... So stelle ich mir das vor. Eine extra... Eine Kammer, wo... Wo der Arzt dann sitzt. Ihr kennt das ja beim Röntgen. Geht der Arzt kurz raus oder so. Und dann hat man auch so einen kleinen Raum. Also der gleiche Raum, wo dann auch die Bilder schon mal angeguckt werden können. Und dahinter ist dann der größere Untersuchungsraum. So die Vorstellung. Und ich würde sagen, dass wir den kleinen Raum einfach mit einer schlicht weißen... Oder wir machen hier irgendwas mit Farbe und... weiße Außenwandmuster unten in blau. Ja, oder violett ist das. Blau wäre natürlich... Ja, blau ist ja eigentlich unsere Klofarbe im Moment. Wir können auch das hier nehmen, dieses Anthrazit. Würde ich sagen, ungefähr so groß. Und den Röntgenbereich, den machen wir dann... den machen wir dann so, in der gleichen Farbe. Ja. Ich denke, so kann man es doch machen. Okay. Und natürlich noch eine weitere Wand. Hierhin. Und dann wieder in diesem Muster. So. Und da brauchen wir natürlich jetzt diverse Türen. Und zwar zum Röntgen geht man hier durch. Da kommt auf jeden Fall eine Tür, kein Zutritt hierhin, um direkt dort reingehen zu können. Für Ärzte oder sowas. Das, denke ich, macht Sinn. Dann brauchen wir hier eine Tür mit Fenster. Damit beim Röntgenvorgang auch reingeschaut werden kann, finde ich. Und hier machen wir eine ganz normale weiße Tür hin. So. Macht das Sinn? Schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare. Ich bin ja nun auch kein Experte. Natürlich bin ich auch schon im Krankenhaus gewesen und kenne so ein paar Dinge. Man ist ja auch schon mal da, wenn man geröntgt wurde und so. Deswegen kennt man das so ein bisschen. Ich mache jetzt hier keine extra Umkleide für. Das ziehen die einfach hier aus. Die kriegen dann hier ihre zwei Minuten Ruhe oder sowas. Ah, eine Röntgentür. Oh, wir müssten ja eigentlich eine Röntgentür hinmachen. Das macht natürlich viel mehr Sinn. So, kommt eine Röntgentür hin. Ja, und hier eigentlich auch, ne? Wir machen da auch eine Röntgentür hin und wir machen ein Fenster rein. Ein Sichtfenster. Hier. Oder eine Glaswand. Hm, Glaswand ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich möchte es doch lieber ein Fenster haben. Und das hier ist für mich am sinnvollsten. So ein, wirklich so ein Sichtfenster. Zwei Stück. Fertig. Das ist in Ordnung. Ähm. Dann. Obwohl, ich würde hier eigentlich doch eine Kein-Zutritt-Tür hinmachen. Weil da soll eigentlich keiner durch von der Seite. Deswegen ist das hier für mich so sinnvoll. Hier ist der Röntgenbereich. Das ist, äh, das ist besser so. Aber ich glaube, ich habe die Tür falsch rum, weil ich kann sie entweder so rum oder so rum, obwohl das ist immer gleich. Das Danger steht nämlich spiegelverkehrt drauf. Könnt ihr das sehen? Oben das, äh, hier dieser, dieser Text hier. Da steht Danger, aber ist spiegelverkehrt. Die Frage ist, ob ich ihn irgendwie richtig hinkriege. Nein, er ist immer falsch. Von daher. Ja. Machen wir das jetzt so und gut ist. Ähm, Fußboden. Fliesen. Immer fliesen, finde ich. Bei sowas. Kleine, weiße, mini-Kacheln. Passen da wahrscheinlich auch gut rein. Finde ich schon. Und hier können wir ruhig was ein bisschen gemütlicheres nehmen. Vielleicht so einen schwarzen, ich stelle mir PVC vor, passend eben zu diesem unteren, äh, Belag hier. So, das wäre es. Und dann natürlich die Einrichtung. Ah, wir müssen erstmal die Zonen auszeichnen. Das hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Und zwar ist das ein... Oh, nee, bitte nicht. Ah, nee, hier doch. Wir müssen unten auf Radiologie wechseln. Das ist ein... Ein Röntgenraum. So. Fehlen Ausstattung, ist klar. Und ich glaube, dass wir... Dass wir das komplett so machen müssen. Ja. Gut. Dann können wir jetzt die Einrichtung machen. Wir brauchen hier diesen, äh, Tisch. Wenn man die Röntgenaufnahme macht, den würde ich mal drehen, dass er so steht. Dann brauchen wir einen fahrbaren Geräteschrank. Den stimmt. Äh, da kann der nicht hin, wird aber nicht rot angezeigt. Nanu. Wir haben kein Geld mehr. Wir sind pleite. Ach, du Schande. Oha, okay. Dann, äh, bleibt uns nichts anderes übrig. Ich nehme nochmal 20.000 auf. Dieses Gerät war sehr teuer. Wie teuer, das kann ich euch gleich sagen. Ich habe nicht darauf geachtet, aber das kostete... Steht der Preis gar nicht dabei. 9.499 Dollar. Und da sehen wir, da ist auch noch eine Übersetzung nicht drin. 9.000 Dollar. Wahnsinn. So, dann da der Gerätewagen. Eine Röntgensteuerkonsole, die kommt natürlich hier hin. Und wir brauchen einen PC und einen Röntgenschirm. Den Röntgenschirm packen wir hier hin. Wie teuer ist der? 299. Einer reicht. So, und da kommt hier ein kleiner Schreibtisch rein. Gibt es in verschiedenen Farben. Nehmen wir den. In grün? Nee. Bleiben wir jetzt bei den gleichen Farben hier. Und da muss ein PC drauf. Und dann braucht der natürlich auch einen Rollstuhl oder einen Hocker. Wir nehmen mal hier so einen Hocker. Okay. Das ist es im Grunde. Zahlreiche Warnsichtschutz könnte man noch hinstellen. Das ist ja wahnsinnig toll. Zum Umkleiden dann wahrscheinlich. Das ist die Frage, wie funktioniert der. Jetzt habe ich den einfach hingestellt. Macht der da überhaupt Sinn so? Spanische Wand. Auch zum Umkleiden nehme ich an. Stellen wir hier mal noch mit rein. Das könnt ihr dann ja nutzen oder nicht nutzen. Ich lasse es einfach mal so. Ein Schrank mit Türen kommt hier noch rein. So was. Und ein kleiner Aktenschrank. Hier alte Aufnahmen oder so. Keine Ahnung. Und das soll es dann gewesen sein. Dekoration. Auf jeden Fall ein Kaktus. Das muss sein. Und natürlich auch ein Mülleimer. Was haben wir hier? Herz, Venen, Gehirn, Auge, Leber, Arterien. Haben wir keine. Ja, Tennis-Ellbogen. Nehmen wir das. Eine Tischlampe können wir auch noch hinstellen. Sehr schön. Und eine Uhr gibt es auch noch. So, jetzt ist aber richtig volles Programm hier. Dann haben wir es aber. Das soll es jetzt wirklich sein. Dieser Raum hätte deutlich kleiner sein können. Und dieser hier hätte aber auch nicht viel größer sein müssen. Von daher ist das Verhältnis schon so okay. Ist jetzt auch genauso groß wie ein Behandlungszimmer. Sehe ich gerade. Was aber auch okay ist. So, also. Richten wir noch eben das andere Zimmerchen hier ein. Und zwar ein ganz normales. Nein, kein Personal. Ich wollte umstellen. Da. Notaufnahme. Ein ganz normales Arztzimmer. Und ja, ich würde das gerne spiegeln. Und ja, ich würde das gerne spiegeln. Vorlagen. Vorlage erstellen. Und ach, ich habe den ja kleiner gemacht, den Raum. Ja, okay. Das wäre natürlich jetzt sehr einfach gewesen. Da mache ich das einfach mal so. Und wir richten den Raum nachher von Hand ein. Dann haben wir hier jetzt die zwei Räume. Und dieser ist gerade leer. Ja, ist das denn jetzt auch schon eine Arztzone? Jawohl. Dann nehmen wir diese Zone hier raus. Das geht hier im Verwaltungsmodus. Zone löschen. Und weg damit. Okay. So, fehlendes Personal fehlt hier noch. Das heißt, wir müssen einstellen für die Radiologie. Einen, was ist das hier? Ein Arzt, ein ganz normaler Arztzimmer. Tatsächlich ein Arzt? Nein. War nämlich falsch. Es ist ein technischer Assistent, der Radiologie kann. Das ist das, was wir brauchen. Radiologie Assistent. Und ein 48, 51 und günstiger. Biochemie ist auch besser. Ja, nehmen wir selbstverständlich die Dame hier. Die arbeitet jetzt hier. Jane Taylor. Und da oben brauchen wir noch einen Arzt. Na, Personal einstellen. Eigentlich gibt es auch noch die andere Möglichkeit hier. Diese Verwaltung. Ne, diese hier. Na, Moment. Irgendwo. Ich finde es gleich. Personal. Dass man auf den Raum klickt. Scheinbar klappt es nicht. Okay. Wir stellen einfach einen Arzt ein. Ähm. Normaler Arzt. Wie? Es gibt gerade keinen. Kann das sein? Oder mache ich hier was völlig falsch? Bin ich bei Notaufnahme? Notaufnahme. Ich mache es so. Notaufnahme. Arzt. Ah, jetzt geht es doch. So, da ist es doch. Das hier. Ich kann hier draufdrücken. Ah ne, da kann ich den Arzt zuweisen. Keine. Aber jetzt wird der Filter, glaube ich, gefüllt. Und jetzt schaue ich mir das nochmal an. Also, auf den Verwaltungsmodus. Und gerade war Radiologie ausgewählt. Darum war hier nichts aktiv. Ich muss den richtigen Bereich auswählen. Dann kann ich hier draufdrücken. Und dann wird der Filter vorgewählt. Was entsprechend hier reingeht. Und das ist dann ein Arzt. Und wir nehmen Allgemeinmedizin. Null Prozent ist natürlich nicht viel. Was können die denn sonst? Die können ja gar nichts. Ach, das ist ein Assistenzarzt. Da hätten wir einen Facharzt. Notfallmedizin elf. Allgemeinmedizin sechs. Diagnose 15 Prozent. Ich glaube, uns bleibt hier nur der Chefarzt. Weil die anderen, die bringen. Ja, das ist ja, das ist ja gruselig. Auf der anderen Seite, der Jugend eine Chance. Ich würde sagen, Robert Rodriguez. Den stellen wir ein. Der wird besser. Das ist ein Facharzt. Was hat er denn hier für Eigenschaften noch? Schneller Stoffwechsel. Hunger nimmt schneller zu. Und schnell. Bewegt sich schnell. Oh. Hier ist ein langer Arbeitsweg. Das heißt, kann häufig zu spät bei der Arbeit erscheinen. Das ist natürlich nicht sehr wünschenswert. Hm. Wir könnten auch die Jobagentur bemühen. Und könnten gewisse Voraussetzungen einstellen. Aber nur zufällig. Und das kostet Geld, dass wir gerade... Doch, das haben wir noch. Wir können hier dann auf Suchen drücken. Aber ich kann hier gar nicht einstellen, was ich haben möchte. So, pass auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir stellen jetzt hier Robert Rodriguez ein. Ich glaube nicht, dass das die beste Wahl ist. Aber wir schauen mal. Wenn das nicht funktioniert, dann schmeißen wir den wieder raus. Und dann lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Jetzt haben wir natürlich zwei exakt gleiche Behandlungszimmer. Aber so schlecht kann es nicht sein. Die Patientin wird gerade aufgerufen hier. Da haben wir das Icon gesehen. Leider ist der Bildschirm nicht mehr in Funktion. Das war eben angespielt auch schon so, dass nach dem Laden des Spielstands dieser Bildschirm nicht mehr... Jetzt. Jetzt funktioniert es komischerweise wieder. Okay. Es ist schon mal etwas zeitversetzt. So, der Patient ist hier reingegangen in die nicht betreten Tür. Zieht sich um. Die Ärztin ist hier. Hier, hallo, ausziehen. Schreit die durchs Fenster durch. Und da wird das Röntgendings bedient. Sieht doch gut aus. Okay. Die Töne, also es gibt keine Musik. Im Hauptmenü ist Musik hier leider nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht so einer von den Leuten, die dann irgendwelche Fremdmusik einspielen. Ich finde, das verfälscht den Eindruck. Deswegen mache ich das nicht. Wundert euch bitte nicht. So, was hat denn die Dame hier? Bettina Peach. Wir müssen da so ein bisschen darauf achten, ob die Diagnosen jetzt passen bei dem Arzt. Virale Tonsillitis ist hier als 100% schon ausgewählt. Verstopfte Nase, schmerzhafte Lymphknoten, Fieber, Ermüdung. Ja. Kann gut sein. Eine Tonsillitis ist eigentlich eine Mandelentzündung. Dass dann die Nase bei verstopft ist, kann natürlich sein. Aber Fieber, verstopfte Nase, Lymphknoten. Hm. Jetzt werden die Ohren noch untersucht. Es sind noch fünf versteckte Symptome. Das ist halt, was mich irritiert. So, Ohrenschmerzen dazugekommen. Für mich ist die Tonsillitis jetzt raus. Eigentlich ist das ja schon mehr. Mundhülle wird noch untersucht. Immerhin gründlich ist er. Wir können auch abhören. Wir können hier einen Kehlkopf untersuchen. Blick auf die Stimmbänder. Nur zu gucken, ob die mit beeinträchtigt sind. Das kann bei einer Mandelentzündung auch schon mal sein. Oder bei einer Halsentzündung. Blutuntersuchung. Könnten wir machen im Labor. Aber wir lassen den Arzt mal machen. So rote, geschwollene Mandeln. Ja gut, okay. Ich denke, das passt dann schon. Antipyretika. Also Fiebermittelchen. Analgetika, Schmerzmittel. Ohne Ruhe. Ja, alles klar. Gut. Dann ist die Dame behandelt und bringt uns auch schon Geld ein. Da wird nämlich gleich kassiert. Wir können schon schauen. 140 ist bereits gezahlt. Oder muss bereits gezahlt werden. Wenn das gleich bezahlt ist, ändert das glaube ich auf grün. Dieser Patient ist nicht ausfällbar. Oh, der ist schon bei 350. Der hat eine Bronchitis. Gott, was ist denn bei dem gemacht worden alles? Das ist ja... Der hat eine Bronchitis 350. Nicht schlecht. So, hier. Okay, es ändert sich nicht, aber die hat jetzt bezahlt. Die geht jetzt nach Hause. Und dieser Kollege hier, der kriegt auf jeden Fall Antibiotika, Hustensaft, nicht-steroidale Dingster-Boomster hier. Wie heißt das? Entzündungshemmer und Antibiotika zum Sinkung von Fieber. Gut. Ja, und inzwischen verdienen wir dann doch ganz gut Geld. Dadurch, dass wir hier zwei Zimmer haben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auch einen kriegen. Also einen Patienten oder eine Patientin, die entsprechend gut krank ist oder irgendwas gebrochen hat, damit wir hier auch dann mal röntgen können. Zehn Patienten pro Tag, das ist ja das, was wir durch die Krankenkasse momentan machen. Und ich glaube, wir könnten jetzt dadurch, dass wir zwei Ärzte haben, auch mehr leisten. Ich würde daher hier den Vertrag mit der Parma Duk, mit der Krankenkasse, wie in der letzten Folge besprochen, schon mal machen. Erstens kriegen wir mehr Geld für die Patienten. Zweitens kriegen wir weitere Zuschüsse durch die Erfüllung der hier der Bonusaufgaben. Und deswegen würde ich sagen, go for it. Und ja. Bau und stelle Personal für ein Labor ein. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, weil wir das Labor schon gebaut haben. Hm. Und das wird natürlich wahrscheinlich nicht gerechnet hier. Wir würden aber einen Zuschuss dafür bekommen. Aber wir haben schon ein Labor. Und wir haben auch jemanden eingestellt. Ich habe aber eine Idee, wie wir das umgehen können. Wir haben ja hier die Linda Cole. Wir machen jetzt folgendes. Es ist natürlich ein bisschen gecheatet, aber ich mache das trotzdem. Wir werden das Labor mal löschen. Das ist ja ganz einfach. Zone einfach wegnehmen. Das ist die Mitarbeiterin, die arbeitsunfähig ist. Die hat jetzt keinen Platz mehr. Das ist aber nicht schlimm. Wir sagen okay. Und jetzt richten wir das Labor wieder ein. Zone. Ah, hier. Notaufnahme da. Wo ist denn das Labor? Da ist das Labor. Das kommt jetzt hier wieder rein. Und ich hoffe, wir werden jetzt auf Personal gehen. Und hier auswählen. Und dann die Linda Scott auswählen. Linda Cole, Entschuldigung. Dass wir den Auftrag abgeschlossen haben. Sehr schön. Okay. Weil wir haben das Geld auch schon ausgegeben. Und wir haben jetzt halt eben 20.000 bekommen. Und ich würde tatsächlich jetzt den Kredit schon mal zurückzahlen. Ein Teil davon. Nämlich 20.000. Damit wir da aus der Nummer wieder raus sind. Ha. Das war ja toll. Okay, Leute. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Den Flur mache ich noch eben. Und dann denke ich, ist auch gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn ich hier noch den Boden finde, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfserz. Tschau.